Ein Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem silbernen 5 Thüringen Bind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Das Ant Wick 업 hier. Bis zum nächsten Mal. grimlochen Vis June